Grüß dich, ich bin die Dania, ich bin die Enstaller Steirerkars-Prinzessin. Das darf ich jetzt zwei Jahre sein und ich bin sehr stolz darauf, damit ich meine Heimat im Vertritt, den Enstaller Steirerkars und vor allem auch unser wunderschönes Enstall. Grüß dich, ich bin die Kila Daniela, ich bin seit Jänner 2023 Kars-Prinzessin und ich freue mich riesig, dass ich das tun darf, dass ich die Ehre habe, dass ich das ja machen darf. Enstaller Steirerkars ist bei uns die Tradition, das wird von Generation zu Generation weitergehen, wie der gemacht wird, das weiß jeder bei uns. Der Steirerkars besteht aus einer Kuh-Sauermilch, die wird erhitzt in Kupferkesseln und dann abgeschöpft und die Molke wird herausgepresst. Oft wird er gesalzen und gepfeffert und somit entsteht der typische Steirerkars. Nach drei bis vier Wochen Reifezeit kann man dann genießen. Der Geschmack vom Enstaller Steirerkars ist sehr speziell. Er ist würzig, bekannt, ist von der Farbe her grau bis gelblich und macht viel Freude beim Essen. Weil viele Touristen aus dem Ausland kommen und viele Touristen eigentlich in Steirerkars mitnehmen, gibt es den schon quasi auf der ganzen Welt. Jeder, der es noch nie gemacht hat, esst einmal in Steirerkars. Holt es sich dringend nach, weil es gibt nichts Besseres. Holt es sich dringend nach, weil es gibt nichts Besseres. Ja, es gibt nichts Besseres. Ich bin ein Besseres. Das ist ein Besseres. Vielen Dank.